Da hinten Jetzt Skillshot Ja getroffen! 26 Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft PvP Diesmal spielen wir immer wieder ein paar Ründchen One in the Chamber Habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt muss ich sagen Also zumindest in der Aufnahme nicht Ich habe jetzt gerade eben ein paar Ründchen gespielt Und habe gemerkt dass es wieder ein bisschen Spaß macht Aber naja gut Los gehts C food school 7 Sehr schöner Name Oh Doppelkill Oh fuck ich dachte er Läuft weiter Wie habe ich mich nicht erwischt er Krass Ja so nicht mein Freund Das war ja nochmal derselbe wie vorhin Oh nicht getroffen Krass Ich habe gar nicht gesehen dass er den Bogenwupp gespannt hatte Na gut Na gut Jetzt war ein Easy Kill Da oben kommt noch einer Er springt runter Habe ich Da kommt einer Oh nicht erwischt schade Wäre ein Schöner Schuss gewesen Oh er rennt weg ey Och komm jetzt nicht wegrennen Ah gut er bleibt hängen Nein 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 Das ist mein Kill Mein Kill Mein Kill Mein Kill Du auch Ja Wie sie mir alle in die Arme laufen Sehr nice Sehr nice Naja der ist zu weit weg Da oben war noch einer Naja auch zu weit weg Der hier Ja Läuft gut Läuft gut Läuft gut Knapp Das war sehr knapp Konnte ich gerade noch so ausweichen Beide nicht getroffen Aber dafür so Und so So Hier unten sind noch Zwei Nice Und Ja sehr schön getroffen Und der andere ist tot gewesen 19 Kills haben wir und sind noch 70 Sekunden Krass Nicht getroffen Ich hatte auch noch einen Pfeil Aber Oh er hat mich getroffen Oh nein Alter Krass dass er mich da getroffen hat Oh ich hab nicht getroffen Schade Von da kommt auch noch einer jetzt Hat er dann 360 versucht Daneben Da ist noch einer nämlich Oh 23 Na Noch einer So viele leben auch gar nicht mehr jetzt Da vorne ist noch einer Der ist aber auch ordentlich weit weg ey Da ist noch einer Nein er ist ausgewichen 20 Sekunden Komm 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 Sehr schön Und Ja die habe ich noch getroffen 25 Und Das war es glaube ich Oder Einer lebt noch Komm Da hinten Jetzt skillshot Ja getroffen 26 Das waren 26 Nice Mein rekord bisher Insgesamt Komplett Hammer Hammer 26 Richtig krass Dass ich den zum Schluss noch getroffen habe Wow 26 Kills Hammer mäßig Richtig geil In der ersten Runde jetzt gleich In feiner Aufnahme Gut Ich muss mal sagen Hammer 26 Kills Wir sind jetzt beim nächsten Mal wieder In der nächsten Runde Nicht beim nächsten Mal in der nächsten Runde Und zwar Bis gleich So und willkommen zur nächsten Runde One December Mal gucken wie viele Runden ich noch mache Vielleicht noch einen danach Oder noch zwei Ich weiß es noch nicht Da muss ich erstmal gucken Oh hat er mir gestealt Oh hat mich getroffen hat auch noch Richtig nice gemacht von ihm Dann fragt man er natürlich noch einen Pfeil Er müsste Naja Noch einen Pfeil hat er nicht Nice Es laggt bei mir irgendwie ein bisschen Ach Zu einfach Zu einfach Zu einfach Nein Och Wie konnte er mich erwischen Ach die Runde ist natürlich kein Vergleich Bisher zum letzten Runde Den habe ich Och Ist er noch ausgewichen ey Unfreiwillig ausgewichen Komm bleib stehen jetzt Was macht er denn da Ach man So schnell kann ich meinen Bogen gar nicht zücken Doch könnte ich Ich habe es einfach nicht gemacht Weil ich dachte ich kriege den auch noch Ach komm Ach man Ne Jetzt läuft es auf jeden Fall nicht mehr So Reibungslos wie letztes Mal Och Gott ey Was bleibt denn der da hängen Ist der da ernsthaft jetzt runter gesprungen Och Gott ey Komm bleib stehen Nein Ich brauche noch einen Kill Sehr schön Knapp Extrem knapp wieder Guck 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 Nicht stehlen Och Gott wer hat mich denn da Zwei Leben nur noch Oh nice shot Und den auch noch Och Oh fuck Und von hinten kommt noch einer Nein Komm Es muss mein Kill werden Dann habe ich noch einen Pfeil Nein Wer hat mich denn da erwischt Fuck Ein Leben nur noch Och Gott Ich weiß gar nicht wer der schießt der da Ich hoffe Dass der geschossen hat Der hat einen Pfeil Oh Hat er nicht getroffen Oh Was hätte mich noch gehabt ey Krass Er wird wohl gewinnen Die letzte Runde ist einfach nicht zu verbieten Ne die war einfach zu krass Den habe ich Da habe ich zu hoch geschossen So ich bin wieder erster 17 Sekunden Und Enten ist noch einer Oh ist er stehen geblieben Alter Hat er schön verschossen Nein hat er mich noch bekommen hier Das war es auf jeden Fall für mich Und er hat gewonnen ja Waren 14 14 und er hat dann gewonnen Ist natürlich dann Glückssache Gut Ich würde mal sagen Das war es dann mit dieser Runde Und ich würde mal sagen Eine letzte Runde gibt es dann noch Bis gleich So und willkommen zurück Zur letzten Runde Wir spielen die Map Wir spielen die Map Chinese Tree Battle Die ich bisher einmal gespielt habe Ist glaube ich eine relativ neue Map sogar Oh ich habe den beschissensten Spawn Oh Mann ey Raus hier ey Die sind gleich drei andere Leute Und er hat mir gestealt Nein Genau wie letzte Runde Oh krass Ich habe gar nichts gesehen gerade Oh Gott Lol Ich sehe nichts Ich sehe echt nichts alter Ich sehe nichts Ja ich schlage auch mit dem Schwert hier Oh krass Boah und die sind rumgeflackert hier ey Für Gottes Willen Das geht mir sowas von auf den Sack Ganz ehrlich Irgendwann hat jemand geschossen Da oben Ich wollte gar nicht loslassen Zu aus versehen Oh die teamen doch nicht hier oder? Teamen die? Ne Super Oh er wurde gekillt da oben Oh getroffen Und ich gebe das lag gerade richtig bei mir Ich habe gerade 30 FPS Und es ruckelt extrem Krass auf der Map hier ey Habe ich einer Gewohnschottet Fuck Wie lange erwartet er hat sogar zwei Pfeile gehabt Na tut mir leid Und Ich will gar nicht hier spawn campen Nice Na hinten mal rein ballern Oh schade Es lag sowas von extrem Jetzt hat er ihn abgeschossen Schön verschossen mein Freund Oh es lag Es lag so hart Es ist unfassbar Und vor allem noch dabei dann aufzunehmen Das ist ja dann noch heftiger Mit den Lags und so Das ist einfach so krass Ich glaube wir wurden gerade Weggeschossen Ich bin nur ein dritter Alter Alter dieses rumge Rumgeleuchte hier mit diesen Schatten die ganze Zeit Ich weiß nicht was da soll Und da ist jemand Oh hat er verfehlt Schade Ich sterbe Einer von vorne einer von hinten Das ist natürlich Ne Alter ich erwische ihn nicht Oh man Viel zu knapp Krass Drei Herzen dann schaffe ich das Nicht mit den Lags Oh doch Okay Wo seid ihr dann meine Freunde Da vorne Der kommt ganz Gerade angelaufen Oh mein File wurde geblockt Das hat man richtig schön gesehen Übrigens gerade Ich hab ihn nicht getroffen Das war echt scheiße Dadurch tötet er mich und Dadurch gewinnt er jetzt auch Dadurch dass ich ihn grad nicht ge- Scheiße Gut Das war's auf jeden Fall GG Gut gemacht Obwohl ich eigentlich relativ viele Kills sogar hatte Nicht gewonnen Schade Trotzdem das war's dann auf jeden Fall Mit dieser Folge Die 26 Kills in der ersten Runde Nice Und ja Ich würde mich wie immer Über eine Bewertung freuen Und dann würde ich mal sagen Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bis dahin und Tschüss